Hootie Dootie Freunde und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Wir stehen direkt vor dem letzten Bossfight in Kingdom of Koroni. Deswegen würde ich sagen, probieren wir mal zu Speisen essen. Das habe ich in meinem ersten Run noch nie getan. Jetzt bin ich da eigentlich halbwegs Pilzterin plus Pilzterin-Konsomme. Na super, braucht man keine Mousse. Verspeisen. Nein. Nice. Okay, wir haben gegessen. Wir fühlen uns stark. Let's go! 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 Es wird so, wie es war. Ich versuche, nur wie du möchtest. Nur lass mich ihn heben. Wenn du keine Idee hast, über uns zu folgen... Du... Du, Eugene! Ich bin sehr entschuldig. Alles wird gut sein. Nein, Rapunzel. Ich versuche, du musst mir vertrauen. Nein! Ich kann nicht, dass du das machen kannst. Und ich kann nicht, dass du sterben lässt. Aber wenn du das machst... Aber wenn du das machst, dann wirst du sterben. Es wird gut sein. Ich weine nicht, es regnet in meinem Wohnzimmer. Rapunzel. 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 Ich kann nicht mehr, mehr, mehr. Ich kann nicht mehr weg, mehr. Ich kann nicht mehr weg, mehr weg. Wie lange lebt sie schon wohl, wenn sie jetzt so mega alt sind? Paco hat für einen Unfall gesorgt. Also deklarieren wir es einfach als Unfall. Sie ist weg. Sie ist jetzt pure Licht. Ihre Präsent würde nur ein Paul über sie schießen. Äh, Baum? Ein vierjähriges Baum? Okay, let's go! Wir brauchen noch andere. Nehmen wir den normalen Sternanhänger. Was ist mein Titanfall? Wo ist mein Titanfall? Hier ist sie. Komm schon. Was machst du? Ich mag das nicht. AT ALL! Get him! See ya! Ja, das war leider... Was tust du auf dem Hügel? Äh? Äh? Ja. Kann ich doch nichts dafür, wenn sie da so... Sie wirf Bomben! Muss das, so war das nicht abgemacht. Ach, Scheissdreck! Au! Sicher doch irgendwo, ja! Los, wieder auf! Oh, Harpa! Na, geh wieder auf, Zora! Ja! 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 Ja, schau, ich kann auch Bomben regnen lassen! Bleib doch da, Mutter! Bleib doch da, Mutter! Das war vorhersehbar! Ja, und jetzt wieder da hinten... Ja, 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 ja... Ja, ich hab' die Spaghetti da oben! Ja, ich hab' die Schau, Mutterl! Ja, das ist ein Ort! Ja, das ist ein Ort! Na, da mach' ich gar' Spritfahrt da oben! Ja, da mach' ich gar' Spritfahrt da oben! Feuer, Feuer, Feuer! Ja, da fahren! Ja, da fahren wir! Sie wirkt ziemlich machtlos, wenn man noch nicht sagt... Oh! Okay, na, jetzt hätte ich noch... ...Gufenheimer eingesetzt, aber... ...passt schon. Alles in Ordnung. Oh! Oh! Eugen! Also mit der... ...Belichtung wirkt schon sehr dramatisch, die Szene. Flower gleam... ...and glow... ...letz' deine Macht schreien! Mach' die Klocke reverser! Rapunzel! Baby! Rapunzel! Rapunzel! What? Rapunzel! You... ...were... ...my new dream! Eugene! You were mine! Ah! Aber ihr habt' zu hoher, es könnte zwei Geschwister sein! Ah! 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 Ich weine nicht, sie weint! Und Zora, vielleicht eher Donald. Ah! Wieso heilst du ihn nicht, Donald? Wieso... ...du hast eine verschissene Aufgabe, Junge? Ich hoffe, dass es dafür kein Copyright Strike gibt, weil das würde ihr euch eigentlich nicht vorenthalten. Oh boy tahunlos! Ah! 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 Das nenn' ich Magie. Die Magie der Liebe. Jetzt wacht auf. Hey, Schnickel. Eugene. Did I ever tell you, I've got a thing for Brunettes? Eugene. Hey, Schnickel, fesche, hoher aus. Der ist auch lustig. Es wirkt so, als wäre das Spiel jetzt vorbei. Setman Kingdom hat es jetzt abgeschlossen. Aber schickt es uns doch nicht ganz weg. Ich muss nur ein Foto vom Stadtfest machen. Ah. Wow, Rapunzel. You're finally gonna get to see your real home. I know. I mean, I can't believe it. I can finally be with my real family. I couldn't have done it without your help. You're welcome. Well, from where I'm standing, the kingdom couldn't ask for a better princess. And I couldn't have asked for better sidekicks. Yeah. Danke, Chef. Yes. Thank you so much. Ja, danke euch auch. Wenn wir dann fertig sind mit, äh, rutschmussen. Hm. 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 You're gonna be great. Huh? We haven't seen the guy controlling the monsters in a while, so that's one less worry. But there's still a chance that he might be around here somewhere. Well, if he comes back and tries to bother Rapunzel again, then Flynn will keep her safe. And we three won't be far behind. Come on. Rapunzel's the tough one. And you ask me. True. But nevertheless, I won't let her out of my sight. Oh, Eugene. Eugene? Eugene Krabs. Oh, haha, that's my real name. Eugene Fitzherbert. That's right. I never told you guys. Eugene Fitzherbert, alter. Fitzherbert. Nice to re-meet you, Eugene. Fitzherbert. Ich hab gar nicht wusste, dass es so einen Namen gibt. Weil Fitzgerald ist ja irgendwie so, ja, das kennt man. Das sind halt so, ich glaub, Iren oder so, vielleicht. Nothing! Nothing. Oh, you get that ass. Yeah, it's not nice to keep secrets. This one is none of your business. Maximus, get him! Huh? You have got to be kidding me! Das war das Königreich von Groni. Das war Micky. Do you have any idea where he might go? There's no place that he could go now that he's human. He has no means of leaving this world. The dark corridors. Are beyond his faculties and mine now. Oh, but not everyone's. What if Evan was taken? Of course! The organization could also use the replicas. To fill out their ranks. We better go tell Master Yen Sid. And Sora. And the others too. Where do I fly? Oh. Six. Humanity is a precious gift. And yet you desire to return to the organization? Oh yes. Of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition. No matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace. Not just replicate. Given a heart. They can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks. Only for you to fail to deliver our final vessel. Wexen. 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 Nice. Die Welt der Monster AG. Monstropolis. Ui. Die Monster AG. Hmm. Oh. Whoa. Whoa. What? D... Donald. Goofy. Why do you guys look like monsters? The heebie-jeebies. Immer Goofy's Augen sind schon ein bisschen verstörend, ja, das stimmt. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate. Hol on. Arm investigate. Ja, rein in die gute Stube. Monstropolis. Monstropolis. Oh! 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 Wee! Boo! Hmm? I wonder who those guys are. What? Careful, Sully. If they see the KID. That's fine. We got nothing to hide. But you're the CEO. You set the example. Hmm. Guys, guys, it's not what it looks like. Okay, listen. That kid over there just popped out of nowhere. We gotta call the CDA. Uh, it's uh, uh, oh yeah, a code A35. Are you trying to scare that little girl? Yes! I mean, no, no, no! We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike. Take it easy. You should too, Sora. You see? She's happy. Oh. Oh. Hello. My name is Sora. Boo. Boo. Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. Huh? Hold on! You guys really aren't afraid of humans? Huh? Mike Wazowski! Huh? Come on, Boo! I'm Mike Wazowski! Mike Wazowski! Huh? Well, you can see the resemblance. That googly bear eye. What's going on? I'm done and done! Mike Wazowski! Nice. Huh? Well, I'm goofy. Well, my name's Sully. And this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? Huh? 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 Die Leute sind richtig, Sully. Das ist eine falsche Nachfrage geschrieben. Ja, wir müssen die Booth sicher sein. Ich bin auf! Das war's close! Das war's close! Hehehe, Mike hat jetzt ein Level up. Nicht schlecht, Mike. Keep up the good work, würde ich sagen. Und eigentlich ist dieser... dieser Meme-Spruch bei den Monstern ja eigentlich perfekt, von wegen... Why does it hurt? If it's friend-shaped. ... ... ... ... ... So any idea who those guys were? Well, they couldn't have been heartless. Hmm, it's on the tip of my tongue. I remember the king told us something about negative emotions. Inversed? Oh yeah, them! Unversed. Unversed. A while back, the king fought a whole bunch of battles against them with the three missing Keyblade wielders. The same three that we're looking for? Aqua, Terra, and Ventus? Yep. Uh-huh. We did more dependable, how can you? Hey! Still, how come the unversed are showing up now? Is that Vanidus in their Nähe? Hey, I told you we're through using that! Hmm. Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, you'd really like the king. Uh-oh! Whoa! Order! Um, basically, we've come from far away to get rid of those creatures causing trouble. We're like, exterminators? Hmm? Just how far away? As far as you can imagine. Hmm. Hmm. Okay, okay. Let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? I'm struggling! They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her, but it's time to postpone our playdate. Nerd. All right, Mikey. Let's get our girl home. Hmm. What are you planning to do? It's kind of a long story, but Boo's from another world. And we gotta send it back there, to keep us safe. Okay, then. We're gonna help you. What? Well, the unversed might try to cause more trouble. So, we want to come along. Great! We can use a couple of exterminators around here. Yeah, thanks. Hey, they need us. Besides, we need to figure out how all those unversed got here. Und mit diesen Fragen beenden wir die Episode hier, Freunde. Wenn ihr mehr sehen wollt von Kingdom Hearts 3, kommt einfach wieder. Wir werden das auf jeden Fall fertig spielen. Demnächst gibt's wieder das nächste Video. Und ja, bis dahin. Like, Abo, Howdy Doody.